Englands härteste Pop-Rock-Group sucht Germany heim. Deep Purple, tiefer Purpur. In Böblingen strömten an die 6000 Pubertierende in die Arena. Schon Stunden vor Beginn dieses Konzertes hatten sich die 12- bis 20-jährigen Fans auf dem Boden gelagert. Einheitspreis 8 Mark, Stühle gab es nicht, aber auch keine Aggressionen oder Ausschreitungen. Alles war reiner Kunstgenuss. Die fünf Musiker losgierten im feudalen Hotel International. Doch vor ihrem Auftritt schlüpften sie in die internationale Gammel-Hippie-Uniform, welche die Masse von ihnen erwartet. Mit ihren LPs und Singles haben sie Millionenumsätze erreicht. Inzwischen war die Zuhörermenge auf fast 7000 angewachsen. Die Polizei hatte die Türen geöffnet, kostenlos. Höhepunkt der Seligkeit, das Licht verlöscht, in dem purpurnen Schein entlädt sich die höllische Ekstase, bis der letzte Schrei in der Nacht verheilt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017